Alter, ich hab sieben Minuten, wo es vielleicht kommt? Okay, halt dich fest. Wir sind in der verzweifelten Mission unterwegs, die Erde zu retten. Und zwar vor den üblen Machenschaften des tyrannischen Weltraumherrschers Ming des Unbarmherzigen. Dr. Hans Zarkoff und Dale Arden gehen mit mir, Flash Gordon, auf eine fantastische Reise in Welten, in denen uns Gefahr und Abenteuer erwarten. Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zum heutigen Video. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und meinen Kanal unterstützt. Heute geht es um die Zeichentrick-Serie Flash Gordon. Oder heißt sie überhaupt Flash Gordon? Oder heißt sie die Abenteuer des Flash Gordon? Oder heißt sie die neuen Abenteuer des Flash Gordon? Oder heißt sie die neuen animierten Abenteuer von Flash Gordon? Titel hatte diese Serie damals viel bekommen, vor allen Dingen im amerikanischen Original, um sie halt einfach von den altbekannten Flash Gordon-Serien klar abzusetzen. Denn die Zeichentrick-Serie basiert auf einem Comic aus dem Jahr 34. Und infolgedessen gab es natürlich auch schon eine, wie sagt man so schön, Real-TV-Serie in der damaligen Zeit. Und da wollte man das Ganze natürlich klar und deutlich abgrenzen. Warum habe ich jetzt Flash Gordon ausgewählt als Videothema heute? Es gibt ja so viele bekannte Serien, die vor allen Dingen bekannter wahrscheinlich sind als Flash Gordon. Aber ich bin mir sicher, dass ihr zumindest schon mal was von Flash Gordon gehört habt. Und wenn es nur der Kinofilm aus dem Jahr 80 ist, mit Timothy Dalton unter anderem. Aber tatsächlich gab es auch eine Zeichentrick-Serie von Flash Gordon aus dem Jahr 79. Allerdings bei uns erst im Programm auf Tele 5 im Jahr 1990. Ich bin mir aber sicher, dass viele, viele, viele von euch da draußen Flash Gordon und seinen Gegenspieler Ming, der Unbarmherzige oder wie er genannt wird, eher aus der Zeichentrick-Serie Defenders of the Earth kennt. Aber wie gesagt, Filmation hatte die Serie hier schon im Jahr 79 auf den Markt gebracht. Ursprünglicherweise hatten sie ein Konzept kreiert damals, was für einen animierten Film eigentlich gedacht war. Aber das Produktionsstudio hat dann das Material gesehen und hat sich gedacht, nee Leute, wir machen da eine Zeichentrick-Serie draus. Und das war so eins der ersten größeren Projekte von Filmation. Danach kam ja dann irgendwann der absolute Durchbruch mit He-Man, She-Ra und was sie alles dann rausgebracht haben. Aber das hier hat vor den Masters of the Universe gespielt. Und auch wenn es vielleicht nicht die bekannteste Serie ist auf dem deutschen Markt, aus dem damaligen Zeichentrick-Serienprogramm der 80er und 90er Jahre, war es doch eine Serie, die bei mir ziemlich oft im Fernsehen gelaufen ist. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob und wo die Serie nach dem Abschalten von Tele 5 damals gelaufen ist, ob sie noch gelaufen ist, aber ich weiß, dass ich die Serie sehr oft gesehen habe. Was überraschend ist, denn diese Serie hat nur 24 Episoden. Jetzt fragt man sich, huch, warum 24 Episoden? Wenn man nach Flash Gordon googelt, da bekommt man doch manchmal 32 Episoden angezeigt. Und ja, auch ich war erst ein bisschen überrascht. Nicht selten hat man ja in Deutschland, wie nennt man das, komplette Serienboxen der Zeichentrick-Serien und der 80er, 90er Jahre, wo dann draufsteht, die komplette Serie, aber es fehlen dann ein paar Episoden oder vielleicht sogar ganze Staffeln. Na, ich sag nur Inspector Gadget oder Craftacular oder auch die Teenage Mutant Ninja Turtles. Falls ihr mein Video zu den Ninja Turtles noch nicht gesehen habt, klickt euch mal durch. Aber bei Flash Gordon ist alles komplett. Das Rätsellösung ist auch relativ simpel. Ich glaube, bis zur Episode 17 dürfte, glaube ich, die erste Staffel gelaufen sein, wenn ich mich nicht täusche. Bis dahin hat die Serie ein von mir favoriertes, durchgehendes Episodensystem. Also mit aufeinander aufbauenden Episoden, habe ich ja schon oft erwähnt. Das favorisiere ich persönlich. Es ist einfach angenehmer als Erwachsener, sich das anzuschauen, wenn alles so einen roten Faden hat und alles fortgesetzt wird. Und danach ist man dann in eine zweite Staffel übergegangen, aber das Produktionsstudio hat gemeint, wir müssen das ein bisschen, wie nennt man das, wie soll man das nennen? Ein bisschen umgestalten, wir müssen das ein bisschen umgestalten, wir wollen das ein bisschen ändern, wir wollen abgeschlossene Episoden. Und dann haben sie es halt so gemacht, dass nicht nur die einzelnen Episoden abgeschlossen waren, nein, sie hatten dann sogar praktisch zwei Geschichten in einer Episode. Also zwei Geschichten, die nichts miteinander zu tun hatten, in eine Episode gepackt. Und deswegen kommt man dann, wenn man es genau nimmt, auf 32 Episoden, was viele beim Episodenguide aufgelistet haben. Aber da das immer Doppelfolgen sind, sind es letztendlich diese eben genannten 24 Episoden. So, dann haben wir das schon mal abgeklärt. Und Flash Gordon ist trotz allem, muss ich sagen, zumindest denke ich mal den Leuten in unserer Altersgruppe doch recht bekannt. Ich möchte dennoch jetzt auf ein paar Dinge nochmal ganz kurz eingeben, um was geht es da überhaupt hauptsächlich. Und wie wir es aus dem Film kennen, aus dem Flash Gordon Film, droht die Erde in Chaos zu versinken, in einem Naturchaos mit lauter Naturkatastrophen. Denn der Planet Mongo befindet sich auf Kollisionskurs. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auch in der Zeichentrickserie der Fall ist, denn ich habe auch mal was von einem Kometen gelesen. Das hat mich ein bisschen dann aus dem Konzept gebracht, aber allein schon in der ersten oder zweiten Episode der Serie weist ja Dr. Zarkov Ming darauf hin, dass der Planet Mongo sich auf Kollisionskurs praktisch mit der Erde befindet. Und Ming sagt ja dann, naja, mein Planet, der fliegt dahin, wo ich es ihm befehle, wo ich ihn hinsteuere. Wodurch dann erstmal rauskommt, dass Ming das mit Absicht macht, den Planet Mongo immer in eine Umlaufbahn, sagen wir mal, mit einem Planeten zu lenken, sodass auf diesen Naturkatastrophen ausbrechen und der dann ganz einfach einzunehmen ist. Ein bisschen befremdlich und verwunderlich fand ich es in der Zeichentrickserie, natürlich in der deutschen Synchronisation, ich rede immer von der deutschen Synchronisation, dass da sehr oft Planet Mongo gesagt wird. Planet Mongo. Ich habe erst gesagt, hä? Habe ich da irgendwas falsch in Erinnerung? Das ist doch Planet Mongo. Nochmal alles abgegoogelt, verschiedene Seiten. Es ist der Planet Mongo. Ich weiß nicht, wie da die Synchronsprecher draufgekommen sind, den Planeten Mongo zu nennen. Zumindest was die erste Staffel angeht. Wir erfahren hier auch überhaupt nicht viel, wie es dazu gekommen ist. Es ist nicht so wie beim Kinofilm. Später ist auch noch mal scheinbar in 1982 was anderes erschienen, wo das Ganze erklärt wird. Wir erfahren hier im Prinzip nichts über Flash Gordon und seine Begleiter Dr. Zarkov und seine Freundin Dale. Die sind schon auf dem Weg zum Planeten Mongo, wenn diese Serie hier beginnt. Man wird da direkt reingeschmissen in die Abenteuer von Flash Gordon. Und ja, sie sind dann recht schnell angekommen auf dem Planeten Mongo. Und wie gesagt, mittendrin standen nur dabei. Sind auch direkt, werden sie gefangen. Mit dem, ich nenne es mal, Anführer des Löwenvolkes Thun. Mit dem Prinzen Barin. Das ist der, wo im Kinofilm von Timothy Dalton gespielt wird. Das ist der Anführer der, wie heißen sie denn? Ich weiß gar nicht mehr. Argonia irgendwie. Die Robin Hoods, das sind Waldbewohner, laufen alle rum wie Robin Hood. Grüne Kleidung, schießen mit Eisfallen. Und dann gibt es noch Wultan, Wultan müsste der heißen, der Anführer der Falkenmenschen. Die haben ein riesen Schloss, eine riesen Basis schwebend in der Luft. Das sind so die drei Hauptvölker dieser Serie. Allerdings hat der Planet Mongo natürlich viel, viel mehr zu bilden. Es ist ein fiktiver Planet, es ist eine fiktive Geschichte. Natürlich, dort leben allerlei Völker, allerlei Kreaturen. Man fragt sich natürlich, wie ist das alles entstanden? Da gibt es wilde Spekulationen im Netz dazu. Sagen wir mal einfach mal, teilweise zufällig, teilweise Experimente, vielleicht durchminken den Unbarmherzigen und seinen Gefolge. Wir haben ein Echsenvolk, wir haben ein Volk, das unter Wasser lebt. Wir haben teilweise Wüsten, wir haben teilweise Urwälde mit Sauriern und so weiter und so fort. Also da ist die Kreativität sehr vielfältig ausgelebt worden, was diesen Planeten angeht. Aber es geht natürlich um Ming, denn der steht natürlich über Alm. Und überraschenderweise, obwohl der ganze Planet im Prinzip von Ming unterdrückt wird, haben wir dann, wie gesagt, die Völker der Falkenmänner, die Völker der Löwenmenschen und der Waldbewohner. Trotz allem bekriegen die sich noch gegenseitig. Ist ja nicht so, dass man mit einem Tyrannen wie Ming dann genug Probleme hat. Nein, man muss sich natürlich gegenseitig noch bekriegen und verfeindet sein. Aber sie haben ja Glück, dass Flash Gordon auf dem Planeten Mongo dann eintrifft. Flash Gordon ist hier der absolute typische Held, wie man ihn schon von früher so gekannt hat. Er, Moral ist bei ihm ganz groß geschrieben. Er hat nie Angst, er ist immer da für seine Freunde. Er steckt vor nichts zurück, ist ein bisschen aufbrausend und geht immer voran. Er ist direkt der Mutigste des Planeten. Es wird dann auch vermutet, dass er eine Reinkarnation sein könnte eines alten Herrschers Gordan, der noch über Ming angesiedelt war. Also die holen sich dann wirklich schon was raus. Ming natürlich mit seinem äußeren Erscheinungsbild. Ja, weiß man nicht, wohin man ihn stecken soll, in welches Volk. Es gab dann ein paar böse Zungen. Die haben das natürlich wieder auf irgendwelche Nationalitäten geschoben, dass er doch wieder so einen bösen, nennen wir es mal, asiatischen Touch damals bekommen hatte. Und das war ja früher schon so alles so ein bisschen Feindbild und so. Und das hat man dann übrigens bei Defenders of the Earth geändert. Da hat er dann auf einmal eine grüne Haut gehabt. Aber das ist ein anderes Thema. Ming hat eine Tochter und aus heutiger Sicht wahrscheinlich die Augenweide der ganzen Serie. Früher ist einem das nicht so wirklich aufgefallen, wie die da eigentlich alle so rumgelaufen sind in den Zeichentrickserien. Aber Mings Tochter liebt ihr knappes Outfit. Mings Tochter ist Prinzessin Tila. Ich meine Prinzessin Aura. Entschuldigt die Verwechslung. Man könnte eventuell, wenn man die Masters of the Universe vom Filmation verfolgt hatte, man könnte eventuell die Meinung bekommen, dass da irgendwie eine Ähnlichkeit bestehen könnte zwischen Prinzessin Aura und Tila. Aber vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein. Auf jeden Fall bietet die Serie natürlich nicht nur Science-Fiction-Action, um Gottes Willen. Es muss natürlich auch Drama rein und Beziehungsprobleme und Gefühle. Es muss ja alles reingepackt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das früher in jungen Jahren alles so kapiert habe. Aber Flash Gordon tauchte auf. Prinzessin Aura ist direkt hin und weg von Flash Gordon und will ihn verführen. Sie will ihn für sich. Sie will ihn als sein Spielzeug haben. Aber der will nicht, weil er ist ja eigentlich mit Dale zusammen. Und Dale erweckt die Aufmerksamkeit von Ming. Aber was will Ming eigentlich? Der hat da so ein Harem gefühlt, das man öfters mal sieht, mit tausend verschiedenen Rassen. Jetzt mal übertrieben. Also da läuft jede Figur in diesem Harem. Ich nenne es jetzt mal so. Aufreizend gekleidete Damen, die extra für Ming abgestellt werden. Das kennt man aber auch aus dem Kinofilm. Ist gefühlt alles eine andere Rasse. Und jetzt will er halt auch noch Dale für sich haben und für seine Freizeitaktivitäten. Jetzt aus erwachsener Sicht, als Kind, will er die halt einfach da sitzen haben in seiner Gegenwart. Und wir haben dann aber natürlich auch noch Prinz Barin. Der hat wiederum Auge geworfen auf Prinzessin Aura, die wiederum von dem nichts wissen will. Weil dann schließt sich der Kreis, weil sie ja Flash Gordon für sich haben will. Aber man hat gehört, man hat sowas munkeln gehört, irgendwie in anderen Universen von Flash Gordon, dass Prinz Barin und Auraland tatsächlich ein Paar geworden sind irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in der Serie ausgegangen ist. Aber in anderen Flash Gordon-Universen sind die zwei ein Paar und haben sogar eine Tochter. Ich bilde mir ein, ob das sogar kurz bei Defenders of the Earth erwähnt wurde. Ich war ja erst im Überlegen, ob ich die Defenders of the Earth hier mit reinpacken soll. Allerdings hat das eigentlich gar nichts mit Flash Gordon zu tun. Auch wenn Flash Gordon und Ming für die Serie benutzt werden, hat das alles gar nichts rückwirkend mit der Serie zu tun. Also das hat 0,0 Bezug mit der Flash Gordon-Serie hier. Deswegen habe ich es jetzt nicht mit hier reingenommen. Aber interessant zu wissen ist es halt, dass es wohl bei den Defenders of the Earth die Aussage gab, dass Ming seine Tochter umgebracht hat und auch Prinz Barin scheinbar nicht mehr lebt. Und die halt, wie gesagt, eine Tochter haben. Und dass er dafür Flash Gordon die Schuld gibt, warum auch immer. Das habe ich jetzt so erfahren. Habe ich jetzt auch nicht mehr so in Erinnerung. Aber meine letzte Sichtung von den Defenders of the Earth ist natürlich auch schon eine lange Zeit her. Ja, ich bemühe mich ja immer noch mal so ein bisschen auffrischen, bevor ich so ein Video hier mache, auch noch mal die Serien zu gucken. Also wenn ich sage, die Serien zu gucken, jetzt natürlich nicht das komplette Programm durchzuziehen. Wobei, wie gesagt, bei Flash Gordon wird es bis zum Ende der ersten Staffel noch gut funktionieren eigentlich. Aber zumindest mal so ein paar Episoden noch mal am Stück zu gucken oder sich da was rauszupicken. Weil ein bisschen Auffrischung tut immer gut. Und man kann sich nicht alles behalten, was irgendwann mal vor gefühlt 35 Jahren im Fernsehen gelaufen ist. Um Gottes Willen, ich hoffe, das erwartet auch keiner von euch. Ich bin einer von euch. Ich habe die Sachen früher im Fernsehen geschaut als kleiner Bub. Versuche mich da bestmöglich dran zu erinnern. Und wenn ich an irgendwas nicht mehr so eine gute Erinnerung habe, dann recherchiere ich natürlich. Das ist klar. Aber letztendlich, die Animationen der Serie sind okay. Das ist dieses typische alte Filmation, die typischen alten Filmation Animation, ein bisschen steif. Viele Szenen, gerade Kampfszenen, die wiederholt werden. Nicht nur in einzelnen Episoden an sich, sondern auch übergreifend dann noch mal in anderen Episoden benutzt werden. Das kennt man aber auch später immer noch. Haben sie das ja auch bei Masters of the Universe oft gemacht. Das betrifft jetzt zum Beispiel hier bei diversen Kampfszenen, wie diverse Raumschiffe ins Bild kommen. Wie sie aus dem Bild gehen. Wie diverse Leute abgeschossen werden und so weiter. Also das wird dann oft mehrmals benutzt. Spart natürlich Zeit und Geld. Das ist klar. Allerdings darf man jetzt hier von den Kämpfen an sich jetzt nicht so viel erwarten. Die Serie ist relativ gewaltfrei. Natürlich, Flash Gordon und seine Freunde sind in jeder Episode kurz vorm Tod. Aber kommen natürlich immer wieder raus. Aber dennoch hat es nicht viel mit Gewalt zu tun. Auch wenn Monster da sind und fleischfressende Pflanzen und Laserstrahlen und alles mögliche. Es passiert halt nie wirklich was. Also das Schlimmste, was hier einem passiert, ist vielleicht mal, dass man einen Lähmungsstrahl abbekommt. Wie gesagt, die Waldbewohner von Prinz Barion, die schießen mit Eisfallen, um die Gegner einzufrieren. Die Faltenmänner haben Laserstrahlenkanonen, genauso wie die Roboterarmeen von Ming. Ja, aber wenn die einen treffen, dann lösen sich die anderen halt einfach auf. So hinterlassen jetzt noch nicht mal einen Aschehaufen wie bei Saber Rider. Die sind dann halt einfach weg. Also da passiert halt nicht großartig was. Also das kann man auch durchaus, wie gesagt, seinen Jünglingen da noch zeigen, daheim im Fernsehen. Ich weiß es gar nicht. Haben wir hier eine FSK draufstehen? Ja, wir haben eine FSK ab sechs Jahren. Das finde ich auch völlig ausreichend für diese Serie. Wie gesagt, als Sechsjähriger kann man jetzt nicht unbedingt das ein oder andere vielleicht zusammen, gedanklich zusammenpassen, was da so als Story-mäßig passiert. Aber das, was man auf dem Bildschirm sieht, das ist für mich absolut in Ordnung, die FSK sechs Freigabe. Da kann ich mich persönlich überhaupt nicht beschweren und brauche ich ja auch Gott sei Dank nicht mehr. Nichtsdestotrotz finde ich das eine Serie, die man sich durchaus in die Sammlung stellen kann. Das, was ihr hier die ganze Zeit vor mir seht, das ist die damalige Erstauflage von KSM im Digipack. Die Serie wurde danach nochmal neu aufgelegt, beziehungsweise zeitgleich gab es hier auch Einzel-DVDs dazu. Danach kam irgendwann so ein Keepcase, glaube ich, noch mit der kompletten Serie. Ich weiß gar nicht, es gab, glaube ich, drei, vier Veröffentlichungen. Und nun mal jetzt nochmal zum Abschluss des Videos. 1996 gab es dann auch nochmal eine neuere Variante von einer Flash Gordon Serie. Die habe ich persönlich aber auch gar nicht mehr verfolgt und habe ich auch nicht im Regal stehen. Und ich weiß auch noch nicht mal, ob es sie überhaupt gibt, auf Deutsch zu kaufen, weil es interessiert mich halt persönlich nicht. Und dementsprechend bedanke ich mich recht herzlich für die kurze Zeitreise und dass ihr mich auf dieser heute wieder begleitet habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einem der nächsten Videos. Macht's gut, meine Freunde. Ciao, ciao.